die hallo löde zurück zu mit wegen master ich meine ich meine wie es gefallen ist noch ein abo kommentar und like da ich würde mich freuen ansonsten ich weiß mit den videos ja ich habe ich war wieder fleißig da wo ist meine miene wieder frei machen und schon sieht es habe ich neuen edelstein da ist dieser heißt noch mal wenn ich jetzt nicht sehen gerne herz genau stern herz 25 schon mein gut willkommen noch noch eine ganze ecke ja egal das schafft man schon irgendwie immer schon gebacken noch knappe stunde für mein bäumchen ja das habe ich wieder hier gemacht für die clown kann man ja hier sehen nur dass man alle diese blauen clown auszurüsten ist noch nicht ganz aber das sind natürlich auch gut dass man immer alle wieder auf wie bei den edelsteinen auch stück für stück dass sie alle gleich aus ausgestattet sind mache ich manchmal so der schatz schon verachtete stück zwei oder sowas nicht finde ich blöd so da gibt es immer wieder ja ich weiß ich weiß weiß ich weiß oder hab das sound ich habe es auch schon immer aus welchen beiden aber sagen das mache auch und vor allem auf dauert diese musik naja 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 so dass wir so laut war könnte ich nichts für giftrache sind fällig jahre bisschen verliebten drachen genau ich brauche noch knappe 50 und mich den nächsten drachen machen hat auch noch ein bisschen giftrache noch mal kurz gucken wenn wir heute acht erhoben das jahrium hier sagt giftrache es ist komisch mit der hühnertrache zu komisch 100 bache naja ich möchte hier beim giftrachen auch schon fällig der nächste ist denn der feuer drache 18 gedacht der feuer aber in blieben bin ich jetzt der kurze vor dass er auch da auf einer aktuellen stand seit nichts neues also fakts jahren ist bei 190 also auch schon stiegen benutzen war ja nicht alle schon gemacht da ist klar das spitzsackel hat auch fast ich hier beim merkmal genau hier sehen des gottes gemachst bei 20 wird erst gedacht 100 prozent der chance auf hat zu vertreten menschen aber noch mal kurz hier manchmal nur ab und zu mal hier nur ab und zu aber es auch fertig die kiste ja lachte mich bei 21 81 also auch da ging es steil bergauf ja es geht voran es geht voran also ja mal durchlaufen wenn da hier weitere tipps habt oder fragen habt dann stellt sich die kommentare schreibt es rein ich schließe alles wenn sie gerade diese dating verkupplungs kommentare sind da ist man verzichten habe ich einige schon paar von gehabt kann man die ihnen die blockieren dass sie nicht mehr kommen überhaupt nicht kommen so das schnärft ein bisschen ach wer hatte faktor mensch aber ich noch kommt da vielleicht noch mal willst du mich treffen oder so irgendwie so inseln scheiß ein spiel für eine schöne frau und dann lass mal gehen die nicht noch so dringend haben sie nicht ja sonst schläft alles in diesem gerne kommentare zumindest noch 20 86 weiter gehst du nicht voran noch nicht aber es kommt da war ich nix neues also ja erst der ließ war schnell fällig ein paar füge monster fangen feldmaterialien verschmelzen später wenn ich als er weitergemacht habe und trache ist auch nicht so sein neues auch mal dasselbe ja das geht glaube ich nicht mehr dass er ja geht so sind ich genau 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 ja 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 was man sie ach so fähigkeiten auch schon einmal guckt alles hier gemacht bis auf da muss kreuz da kann kann man machen ja auch nur bis 20 eben fast ein aus dem haus gemerkt aufstieg aber schon letztes mal erzählt dass er neue zugefügt haben nur einen fünften aufstieg bis will es bereits 6000 glaube ich hierbei schlacht habe ich eine letzte folge schon gesagt erzählt ja das war es eigentlich auch schon wieder moment das ist mein aktueller stand vielleicht habt ihr unten stehen wenn er vergleichen möchte ansonsten würde ich sagen die unserer nächsten folge von uns mitwerk master nächste woche neue folge neues glück ist dahin schön mittel